In einem anderen Video haben wir gesehen, wie Bevölkerungsrückgang mit einem Petri-Netz modelliert werden kann. Was kann die Politik jetzt tun? Anstatt 0 bis 3 Kinder zu bekommen, empfehlen wir den Leuten immer 0 bis 4 Kinder zu bekommen. Und damit haben wir eine Fertilitätsrate von 2. Das sollte ausreichen. Und wenn wir hier jetzt mal den Autoplay-Modus anschalten und das sozusagen mit einer Zufallsverteilung laufen lassen, dann erkennen wir, dass jetzt hier die ganze Sache sich entwickelt. Ein interessanter Nebeneffekt ist, dass wir immer mehr Kinder haben, hier bei den Kinderreichen, und dass die nur sehr zögerlich aufwachsen, sozusagen nur, wenn sie unbedingt müssen. Das liegt hier an unserem Petri-Netz-Modell. Aber wir sehen, dass die Zahl, die ursprüngliche Zahl 50, die ist immer noch so ungefähr hier da und das wird höchstwahrscheinlich immer so weitergehen. Vielen Dank. Vielen Dank.